Heute gibt es drei Dinge, mit denen, ich glaube, dein Training verbessern zu können, deine Trainingsplanung verbessern zu können und die sowohl wichtig sind für Wettkampf, Powerlifter, Everyday Athletes, die Ausdauer und Kraft verbinden wollen, als auch für Newbies, diese Dinge zu verstehen, denn hier gibt es grundlegende Entscheidungen zu treffen, was die Trainingsplanung betrifft oder die Auswahl von Übungen und wie man über das eigene Training denkt. Und zwar geht es heute um Zeitbudgeting, also wie du dir deine Zeit einteilst, was das für dein Training bedeutet, was das vielleicht für deinen Split oder deine Aufteilung bedeutet. Es geht um Priorisierung, also was man genau als Prioritäten ansetzt, wie man das betrachten sollte und wie das eben zum Beispiel Übungsauswahl betrifft, wie das die Auswahl eines Splits betrifft. Und das sind essentielle Schritte, die man als Coach eigentlich relativ automatisch durchgeht und ich denke, es ist deshalb auch wichtig, das irgendwie mal zu kommunizieren, da wir darüber eigentlich seltenst irgendwie reden. Und dann Motivation und zwar nicht einfach nur, was motiviert dich, sondern wir werden ein bisschen genauer darauf eingehen. Wir werden auch darüber sprechen oder ich werde darüber erzählen, wie ich meine SSD runterschmeißt, Entschuldigung. Nein, ich werde darüber erzählen, wie Motivation einzubeziehen ist in die Trainingsplanung, wann man vielleicht Dinge machen muss, die man nicht so gerne macht und wie man Dinge einbaut, die man gerne macht oder wie man das mit einbeziehen kann. Denn das ist natürlich ein wichtiger Punkt und das darf man ja auch nicht vergessen, dass das für alle Levels gilt. Also auch jemand, der schon ewig trainiert und vielleicht schon sehr ambitioniert und sehr hoch, auf einem sehr hohen Niveau trainiert, selbst der braucht natürlich eine gewisse Motivation. Wenn wir also mal mit Zeitbudgeting anfangen und natürlich begrüße ich euch erstmal herzlich, das habe ich jetzt ganz vergessen, freut mich wie immer, dass ihr dabei seid. Das freut mich nach wie vor, dass das Podcast-Publikum wächst, dass ich so viel tolles Feedback für diesen Podcast bekomme. Das treibt mich zu früher Stunde zum Podcast machen und ich freue mich tatsächlich jede Woche darauf, den Podcast zu machen. So, jetzt beginnen wir mit Zeitbudgeting. Und das ist ein Terminus, den ich übernommen habe von Olaf Alexander Bu, einem sehr erfolgreichen Triathlon-Trainer, weil ich immer davon geredet habe, man muss von seinem Zeitkontingent ausgehen und muss sich überlegen, wie man das einteilt und dass das ja auch die Auswahl der Trainingsmethoden betrifft. Und genau das war auch ein Punkt, auf den ich zum Beispiel mal angesprochen wurde auf Instagram, weil ich in dem Podcast gesagt habe, wenn man halt dreimal die Woche irgendwie Ausdauer macht, dann ist es vielleicht nicht die beste Variante, 80 Prozent davon in Zone 2 zu verbringen, sondern dann ändert sich die Wahl der Methode natürlich. Und das ist eben auch so, das hängt mit dem Zeitbudget zusammen, dass man in Training investiert. Und ich hatte da jetzt Kontakt mit mehreren Kunden, die quasi für Longevity trainieren oder für Performance-Ziele trainieren, aber mit dem Hintergrund, dass sie natürlich gesund sein wollen und dass sie auch langfristig gesund sein wollen. Und die orientieren sich dann an den Protokollen von Peter Attia und Andrew Huberman. Und jetzt muss man sagen, Peter Attia und Andrew Huberman sind zwei sehr schlaue Menschen und die sagen auch sehr viel Vernünftiges. Und das, was Peter Attia in seinem Protokoll hat, ist auch alles grundsätzlich vernünftig. Man muss halt nur überlegen, ob die gleichen Umstände für einen auch zu treffen, ob man die gleichen Zeitbudgets hat, denn dieser Mensch verbringt sehr viel Zeit mit Training. Und wenn man nicht das gleiche Zeitbudget zur Verfügung hat und eben nicht irgendwie 90 Minuten Zone 2 hier trainieren kann und 90 Minuten V2 Max oder 60 Minuten V2 Max Intervalle, aber halt noch zusätzliches Abwärmen vielleicht und dann noch 60 Minuten Koordination oder wie sich das zusammensetzt, dann wird es relativ schwierig. Und ich denke auch, dass es so ein bisschen ein Problem von so Spezialisten ist in diesen Fällen, also in diesen Bereichen, dass sie vielleicht einfach nicht in der Trainingsplanung tatsächlich so wirklich involviert sind und nicht in der Zusammenarbeit in der Trainingsplanung mit Menschen so involviert sind, wie es vielleicht ein Coach ist. Denn dann merkt man relativ schnell, dass oftmals die scheinbar perfekten Methoden, wenn man sie einfach mechanistisch, wissenschaftlich runterbricht, nicht so funktionieren, wie man sie vielleicht andenkt oder wie ihr theoretischer Nutzen ist. Und das, was ich damit meine, ist, wenn es dich einfach stresst, dich jetzt 90 Minuten auf dein Fahrrad auf der Rolle zu Hause zu setzen und das runter zu strampeln, weil du denkst, du hast eh kaum Zeit und das ist einfach nichts, was dich motiviert, sondern du wirst dich hier einfach nur durchpushen, weil du weißt, es ist vernünftig. Dann ist das ein gewisses Stressniveau, dann ist das nicht zuträglich, dann wirst du vielleicht auch nicht den Reiz setzen, den du setzen möchtest. Und ja, es wird deinem Training nicht zuträglich sein, weil du vielleicht auch darüber nachdenkst, was du alles in 90 Minuten sonst machen könntest, weil da hat man natürlich mehr Zeit. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn man dann über koordinatives Training redet, denke ich, ist es sehr stark davon abhängig, wie man das Krafttraining aufbaut, wie viel koordinativen Input du da hast. Denn Krafttraining sollte ja grundsätzlich auch mal Bewegung unter Last sein oder Lasten bewegen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man auch hier koordinative Inputs hat. Also auch hier arbeitet man an Gleichgewicht, Einbahnstabilisation und zwar in einem, sagen wir mal, alltagsrelevanteren Kontext, als wenn du auf einem Wackelbrett stehen würdest. Und natürlich hat auch dieses Stehen auf Wackelbrettern neurophysiologische Vorteile, das ist mir schon klar. Aber man kann eben nicht alles machen im Alltag. Und deshalb ist Zeitbudgeting wichtig. Und was versteht man jetzt unter Zeitbudgeting? Als erstes musst du dir überlegen, wie viel Zeit pro Woche steht dir zur Verfügung. Und zwar immer. Hier ist einfach diese überbordende Motivationsfalle, dass man denkt, ich kann das schon unterkriegen, dass ich jeden Tag zwei Stunden trainiere. Das muss einfach gehen. Und dann merkt man halt, dass es einfach nicht zu realisieren ist. Also geh von einem Zeitbudget aus, das realistisch ist. Das ist wirklich der entscheidendste Punkt. Und wenn man sich überlegt, wie viel Zeit pro Woche man zur Verfügung stehen hat, dann geht es nicht nur darum, wie viel Zeit pro Woche hast du zur Verfügung für dein Training, sondern es geht auch darum, wie viel Zeit hast du in der Woche zur Verfügung für dein Training und für Regeneration. Denn man darf ja nicht vergessen, Training ist ein zusätzlicher Stressor für deinen Körper, für deinen Organismus. Und die Anpassung erfolgt nur in dem Maße, in dem sie in Relation steht zu deiner Regeneration. Das bedeutet, wenn du dich nicht gut regenerieren kannst und dich in der Einheit immer abschießt oder einfach quasi all deine zur Verfügung stehende Freizeit in Training investierst, dann wird das vielleicht zu einem Problem, weil du dich einfach nicht regenerierst. Dann ist das ein guter Zeitvertreib. Aber die Anpassungen werden nicht so sein, wie man sie sich wünscht. Das bedeutet, man macht nicht den Progress, wie man ihn wünscht. Und man wird natürlich mehr Probleme entwickeln, als man sich wünscht oder als man natürlich möchte, weil man möchte gar keine Probleme. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil wenn ich mein Training plane, dann möchte ich auch nicht realisieren, wie viel ich mich regenerieren muss und möchte natürlich auch jede freie Minute irgendwie nutzen, um mich abzuschießen. Aber man merkt natürlich dann schon auch, auch wenn man älter wird, merkt man das, dass man einfach ein bisschen schauen muss, okay, wie viel kann ich trainieren und wie viel habe ich wirklich noch Kapazitäten, mich zu regenerieren. Also lass dir bei der Überlegung, wie viel Zeit du für Training hast, ein bisschen einen Puffer und überleg dir auch, wann du Downtimes hast, um zu regenerieren. Und wenn du quasi Regeneration betrachtest, dann geht es auch darum, sich zu überlegen, wie viel Zeit für physische Regeneration habe ich. Das können natürlich auch Easy Sessions sein. Das kann Sauna gehen sein oder heiß baden oder spazieren gehen. Dinge, die dich eben regenerieren. Mittagsschlaf, wenn du es irgendeinen richten kannst. Aber es geht auch darum, dass man sich ein bisschen eine Zeit nimmt für eine mentale Downtime quasi und das jetzt nicht unbedingt Netflix oder vor der Playstation hocken, sondern da geht es vielmehr darum, dass man einfach ein bisschen Zeit hat, nachzudenken. Sich ein bisschen optimal wäre, sich zu langweilen, also einfach mal nichts zu tun zu haben und nur den Kopf klar zu bekommen. Und das ist eben auch ein großer Vorteil des Spazierengehens, weil man da eigentlich nicht abgelenkt sein sollte. Also da muss man nicht unbedingt einen Podcast hören. Selbst ich als Podcastsüchtling höre während des Spazierengehens eigentlich keine Podcasts oder Hörbücher oder sowas. Da geht es einfach darum, dass man Zeit hat, ein bisschen die Gedanken zu verarbeiten, mit sich selbst irgendwie klar zu kommen. Und das sind wichtige Dinge für dein Training. Darf man nicht unterschätzen. Wir müssen schon schauen, dass wir mental auch in einem guten Zustand sind, um pushen zu können, um uns regenerieren zu können und um nicht einfach in so eine Stressspirale zu kommen. Dann gibt es einen Punkt, der natürlich schon wieder gekoppelt ist an das, wozu wir gleich kommen, an die Priorisierung. Und zwar muss man sich beim Zeitbudgeting dann natürlich auch überlegen, okay, wie viel Zeit verwendest du für was? Und das sind klare Entscheidungen, bei denen man eben sich dafür und dagegen entscheiden muss, was welchen Stellenwert einnimmt. Das ist ein Teil dessen, was man im Prinzip in der Periodisierung macht, dass man sich einfach überlegt, okay, in dieser Phase des Jahres oder des Trainings werde ich nicht so viel Ausdauer trainieren, werde ich nicht so viel Zeit meines Gesamtzeitkontingents investieren in Ausdauertraining, sondern mehr in Krafttraining und werde dadurch quasi nicht den maximalen Fortschritt in meiner Ausdauer machen, aber dafür die Kraft ein bisschen pushen können. Ich werde eine Grundlage schon mal legen, vielleicht für den nächsten Block für die Ausdauer, indem ich intensivere Sachen mache, die ich dann quasi mit längeren Sachen effizienter gestalte und auch ausdehne im Zeitraum. Also man kann sich einfach schon mal Gedanken machen, was wann wichtig ist. Und das ist relativ wichtig, weil es kann nicht alles immer gleich wichtig sein. Und ich arbeite auch noch an der Wie-wird-man-ein-Superman-Serie, denn das war ja ein großer Wunsch auf YouTube, dass ich mal erkläre, wie trainiert man denn alles, wie wird man denn so ein Allround-Athlet. Und ein großer Punkt oder zwei große Punkte, die dafür wichtig sind, sind Konstanz. Dafür ist Zeitbudgeting essentiell, denn Konstanz wird natürlich dadurch gesichert, dass du dein Training immer schaffst und das bedeutet eine realistische Einschätzung dessen, was du in der Woche an Zeit zur Verfügung hast. Denn wenn du das nicht realistisch einschätzt, dann ist die Frustration sehr nah und dann ist die ganze Trainingsplanung futsch, weil du mehr Training planst, als du bewältigen kannst. Und wenn man sich eben überlegen will, wie man so, ich sage jetzt mal, sich großartig entwickelt in verschiedenen Bereichen, dann bedeutet das immer, dass man sich genau überlegen muss, wie viel Zeit verwende ich von meiner Gesamttrainingszeit in diesem Block auf diesen Trainingsinhalt. Und das macht man mit Powerliftern auch, wenn man zum Beispiel merkt, okay, bei dem Lifter hängt der Deadlift ein bisschen hinterher, dann kann man natürlich einen Teil des Fokuses quasi mehr auf den Deadlift schieben. Wenn man das macht, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass man mehr Inhalte macht, sondern man priorisiert ihn in der Einheit mehr, dazu komme ich gleich. Also man schiebt ihn vielleicht nach vorne, man macht keine Kniebeugen davor, aber es kann auch sein, dass man einfach sagt, okay, mehr des Gesamttrainingsvolumens, das ich momentan trainiere, wird auf meinen Deadlift verwendet. Bei Footballern hat man das Ganze natürlich, wenn man eine Off-Season plant und man überlegt sich, okay, wie viel Speed-Training machen wir im ersten Block, weil eigentlich ist Speed ja das, woran wir arbeiten wollen. Dann ist es natürlich klar, dass man nicht so viel von seinem gesamten Zeitbudget am Anfang auf Speed verwendet, weil man das vielleicht dann eben später macht und weil man am Anfang vielleicht sich eben mehr um Dinge kümmert, die eine Grundlage legen oder eine Basis aufbauen oder eben auch wichtig sind und die man hinten raus eben weniger macht. Also auch hier hat man eine Verschiebung im Zeitbudget. Und das ist relativ wichtig, das ganz klar durchzugehen. Und warum das dann letztendlich so wichtig ist für die Trainingsplanung, ist nicht nur eben, dass man klar die Priorisierung hat oder die quasi eine klare Aufteilung in der Woche hat oder in den Trainingsblöcken hat, sondern übrigens trinke ich gerade wieder Kaffee Fausto Monaco. Sondern wenn man sich dann eben damit beschäftigt, welche Methoden sind denn die besten, dann muss man sich auch immer überlegen, dass unterschiedliche Methoden unterschiedliche Zeitbudgets aufbrauchen und auch unterschiedliche Regenerationsbudgets aufbrauchen. Und wenn ich zum Beispiel ein Cluster-Set mache, dann kann ich, also ein Cluster-Set wären zum Beispiel zwei Wiederholungen, 20 Sekunden Pause, zwei Wiederholungen, 20 Sekunden Pause, zwei Wiederholungen, 20 Sekunden Pause. Also es ist sowas wie ein Intervalltraining im Krafttraining. Wenn ich das mache, dann kann ich natürlich in einem kürzeren Zeitkontingent relativ viele Wiederholungen in einem hohen Intensitätsbereich machen. Bedeutet natürlich auch, kostet mich ein entsprechendes Regenerationsbudget quasi. Das ist eine zeitsparende Methode. Wenn ich klassisches Maximalkrafttraining mache und ich trainiere ein bis drei Wiederholungen im Bereich von 90 Prozent des 1er Maximums plus und mache dann drei bis fünf Minuten Pause, dann bedeutet das natürlich, dass ich eine sehr geringe Dichte habe. Ich habe eine hohe Intensität, also geringe Dichte bedeutet einfach, ich mache wenig Wiederholungen pro Zeiteinheit. Bedeutet aber auch, ich brauche sehr viel, also ein großes Zeitbudget für diese Methode. Und das ist natürlich dann deshalb wichtig, weil wenn du 60 Minuten für deine Trainingseinheit hast, dann mag es schon sein, dass du deine Maximalkraft entwickeln willst, aber wenn das nicht irgendwie gerade wichtig ist, weil du eine Testphase hast oder weil du einen Wettkampf anstehen hast und wenn man Wettkampf hat, trainiert man meistens mehr als 60 Minuten, dann ist es relativ schwierig, mit dieser Maximalkraftmethode oder mit diesem Training in hohen Intensitäten, mit niedrigen Wiederholungen, wirklich genug Reiz zu setzen, wenn du weil es einen großen Teil deines Zeitbudgets auffrisst, das bedeutet, du kannst in der Einheit nicht mehr viel anderes machen, weil man muss sich ja aufwärmen, dann macht man diese Sätze, also das zieht sich dann und das muss man sich natürlich überlegen. Gleichzeitig ist es auch so, wenn man sich einfach nur denkt, okay, ich habe 60 Minuten Zeit und in diese Zeit quetsche ich so viel Wiederholungen wie möglich rein, dann ist die Konsequenz dessen natürlich, dass man im Prinzip kaum Pausen macht und nie eine hohe Auslastung hat, weil eine hohe Auslastung, also wenig RERs, also du gehst quasi immer bis an einen Anschlag, würde bedeuten, dass du einfach danach mehr Regeneration brauchst, bis du die nächste Übung machen kannst, selbst wenn diese eine andere Muskelgruppe trainiert. Das bedeutet, die Methoden haben immer Vorteile und Nachteile oder brauchen unterschiedliche Zeitbudgets und das muss man sich dann überlegen, wann welche Methode eben mehr Vorteile als Nachteile hat und das ist deshalb so essentiell, weil das sind so die Sachen, die viele Anfänger und, oder was heißt Anfänger, also ich meine, viele, die versuchen sich einen Trainingsplan zu schreiben und auch viele Coaches am Anfang vor eine schwierig lösbare Aufgabe stellen, weil man eigentlich innerhalb einer Einheit immer ein Zeitbudget hat, man hat innerhalb einer Woche ein Zeitbudget und dann muss man irgendwie die richtigen Methoden finden, um das unterzubekommen und dann liest man irgendwas und denkt sich, ja, das ist eigentlich die perfekte Methode, um das zu entwickeln, aber es passt halt nicht ins Zeitbudget und das Zeitbudget ist immer übergeordnet. Das ist einfach die Realität, mit der man sich auch konfrontieren muss als Coach oder als Trainierender und das ist eben auch so ein bisschen der Punkt, warum man als Coach auch so ein bisschen ehrlich sein muss und als Trainierender auch ehrlich sein muss mit sich selbst, dass man einfach mit einem niedrigen Zeitbudget nicht irgendwie Weltmeister werden kann oder das nur ein, nur bis zu einem gewissen Maß weiterbringt oder nur einen gewissen Fortschritt erlaubt. Allerdings ist der, wenn man dieses Zeitbudget sinnvoll einsetzt, meistens viel höher, als wenn man versucht, einfach nur alles reinzuquetschen, was in dieser Zeit möglich ist. Also die Erkenntnis, dass man ein vielleicht eingeschränktes Zeitbudget hat, ist das, was einen auch irgendwie bevollmächtigt, damit wirklich sinnvoll umzugehen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, zur Priorisierung, denn bei der Priorisierung muss man sich natürlich immer ein bisschen überlegen, okay, was, oder fangen wir so an, bei der Priorisierung ist natürlich ein Schritt, wir müssen abwägen zwischen Stärken und Schwächen und wie man die analysiert ist, ist ein anderes Thema oder wie man sie definiert, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass Schwächen zwei Unterpopulationen haben und zwar sind Schwächen einmal Dinge, die einen zurückhalten im Fortschritt, also nehmen wir ein Ausdauerbeispiel, wenn deine, äh, nee, nehmen wir kein Ausdauerbeispiel, das wird ein bisschen kompliziert, wenn du Hunderter drücken willst auf der Bank, äh, Combine-Test, möglichst viele Wiederholungen und dein Einser-Max ist, äh, 110, dann ist das natürlich, im Prinzip ist deine Maximalkraft eine Schwäche in der Übung, die dich zurückhalten wird. Du wirst deine Wiederholungen damit schwierig ausbauen können, du musst quasi dein Zeeling, dein Dach ein bisschen schieben. Gleichzeitig, kennen wir aus der Ausdauer-Folge, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass du deinen Boden ein bisschen verschieben musst, also du musst vielleicht auch ein bisschen an Grundlagen arbeiten, gerade A-Rubbe Kapazität irgendwie oder A-Rubbe, ja, Kapazität entwickeln, damit du dann wieder ein bisschen mehr trainieren kannst oder die Fähigkeit hast, quasi nicht alles an A-Rubbe zu lösen, was du vielleicht auch A-Rubbe lösen könntest. Ich weiß, das war jetzt verwirrend ausgedrückt. Was ich einfach nur meine ist, es gibt leistungslimitierende Schwächen und es gibt Dinge, Schwächen, die vielleicht eine Leistungseinschränkung in der Zukunft zeigen oder andeuten und das sind meistens strukturelle Schwächen, Unausgeglichenheit in bestimmten Muskelgruppen oder eben, also nicht, dass eine Muskelgruppe unausgeglichen ist, aber dass das Zusammenspiel führt, eine Performance nicht richtig ist, um das Richtige zu erlauben und dadurch hat man dann eine höhere Wahrscheinlichkeit der Überlastung. Wenn deine Füße nicht trainiert sind und du gehst laufen, dann kann das einfach dazu führen, dass du natürlich schnell Probleme an Füßen und Plantarfaszie und Achillessehne und Wade bekommst. Das kann auch dazu führen, dass du Probleme am Knie bekommst, weil dein Abdruckverhalten, dein Aufsatz, Fußaufsatz, so müsste man sagen, weil Abrollen und Abdrücken passiert beides nicht richtig im Laufen. Dein Fußaufsatz wird einfach statisch nicht richtig funktionieren und dann muss man das Ganze kompensieren und das schlägt dann an anderer Stelle durch. Also das sind so die Dinge, die quasi als biomechanische Grundlage dafür dienen, dass man Überlastungserscheinungen generieren kann, die nicht einfach nur dadurch entstehen, dass man zu viel macht, also nicht einfach nur ein Loading Problem sind. Da habe ich auch mit Lukas viel drüber geredet in Bezug auf Technik im Powerlifting, denn da ist das schon auch ein großer Punkt, dass man natürlich einfach auch durch eine ungünstige Technik sich schwächen erarbeitet, also quasi nicht harmonisch ausgeprägte Muskelschlingen, Muskelgruppen ist auch falsch, nicht harmonisch ausgeprägte Leistungsfähigkeit in allen beteiligten Muskeln bei einer Übung. So müsste man es wahrscheinlich ausdrücken. Und das muss man natürlich auch immer im Griff haben und das ist ja auch so ein Punkt, warum ich ein Fan davon bin, schon Assistenzübungen zu machen, die gar nicht einfach nur die Leistung voranbringen, sondern die einen Ausgleich darstellen und eben diese Schwächen aufarbeiten, damit man immer möglichst konstant, kontinuierlich gut trainieren kann. Bei der Priorisierung ist es oft so, dass man sie nicht machen muss, aber das vieles erleichtert. Also es ist einfach oft so, dass man, viele gehen die Priorisierung nicht wirklich an und das fängt eben bei der Zielsetzung durchaus an und bei dem, was man aus den einzelnen Bereichen des Trainings rausholen will, weil viele sagen dann, okay, ich will stark werden, ich will ausdauernd werden und ich will mich bewegen wie ein Athlet. Es ist alles schön und gut und man kann auch alles erreichen, aber man muss immer klar wissen, was ist deine oberste Priorität, denn diese Entscheidung schafft Klarheit und man kann nicht in allem gleich gut sein. Das Level der Betrachtung wird sich ein bisschen verschieben. Das bedeutet natürlich, ich kann schon, wenn ich jetzt anfange zu trainieren und mir denke, okay, Körpergewicht Bankdrücken wäre super und eineinhalbfaches Körpergewicht Kniebeugen wäre super und zweifaches Körpergewicht Kreuzheben wäre super und wenn ich zehn Kilometer in 60 Minuten laufe, wäre brutal und wenn ich auf eine 75 Zentimeter Box springe, wäre echt explosiv. Okay, das kann man schon alles gleichzeitig erreichen und wenn das deine Vorstellung davon ist, dass du in allem super gut bist, klar, aber wenn du da angekommen bist, dann wirst du ja schon feststellen, okay, es gibt, dann schaust du vielleicht schon mehr Leute an, die irgendwie mehr Krafttraining machen, dann denkst du dir, okay, das ist noch nicht stark. Meine vorhergehende Relation zu dem, was stark ist, war nicht stark. Dann bist du gelaufen, dann merkst du, okay, ein Sechsterschnitt auf zehn Kilometer ist nicht irgendwie ausdauernd, ist nicht gut. Also nicht, dass ihr alle, die ihr Sechsterschnitte auf zehn Kilometer lauft, schlechte Leute seid oder so. Es gibt halt einfach immer Leute, die man dann sieht, wo man sich denkt, okay, geht auch viel schneller. Und das ist ja auch das Schöne, das Ziele, das ist ja Motivation und Progression. Das Wichtige ist eben, man lernt dann eben, okay, dass dann schwieriger wird, einzelne Dinge voranzupuschen, weil das Niveau dessen, was man als gut bezeichnet, eben sich verändert. Und das bedeutet dann, dass man letztendlich priorisieren muss. Und diese Priorisierung schafft auch ein Buy-in bei dir. Das ist einfach eine Entscheidung. Das ist einfach, dass du sagst, okay, das ist jetzt mein Ding. Da gebe ich jetzt Gas. Da will ich meine Entwicklung haben. Das motiviert dich und das schafft ein Buy-in fürs Training und das ist sehr wichtig. Das ist so ein bisschen, wenn du dich für eine Sache entschließt oder wenn du eine ganz klare Struktur in deinem Kopf hast, was wie wichtig ist, dann ist es für dich sehr viel leichter, das im Training und auch in der Trainingsplanung umzusetzen. Und es ist deshalb so wichtig für die Trainingsplanung, weil es Klarheit schafft im Aufbau deiner Sessions. Denn wenn du in eine Einheit gehst und ich nehme jetzt mal das Everyday Athletes Programm und wir haben eine oder nehmen wir das Football, normale Football Training. Für einen Footballer ist es wichtig, explosiv zu arbeiten. Das bedeutet, er geht in die Session. Aufbau ist Warm-up und dann arbeitet man an explosiven Dingen, wenn man frisch ist. Dann als nächstes arbeitet man an den schweren oder schnellen Kraftübungen. Warum? Weil das die essentiellen Dinge sind, um Leistung voranzubringen und weil man die dann am besten nutzt, wenn man frisch ist oder wenn man dafür quasi in der besten Verfassung ist. Wenn man die ans Ende setzen würde, wenn man vorher schon Conditioning macht oder sowas, dann werden die natürlich nicht mehr so effektiv. Das bedeutet, man setzt einfach den Reiz dessen runter. Und dementsprechend hat man so eine klare Priorisierung in der Einheit. Und das muss man immer sich eingestehen, dass man das immer haben wird. Denn wann immer eine Übung nicht ganz oben steht in deiner Einheit, ist sie in deiner Priorisierung schon etwas nach unten gerutscht. Außer du hast natürlich so Voraktivierungssachen oder eben Sprünge können helfen, bei maximal kräftigen Sachen besser zu arbeiten. Aber das sind jetzt die komplexen Sachen. Grundsätzlich kann man sagen, je weiter unten etwas in deiner Einheit steht, desto weniger hoch ist es in deiner Priorität. Freunde des Trainingsfortschritts, ich unterbreche kurz für eine aufregende Nachricht. Habt ihr euch jemals gefragt, wie ihr eure Trainingsplanung auf das nächste Level heben könnt, ohne dabei im Datendschungel zu versinken? Hier ist die Antwort. Der KS Strength Programming Kurs ist jetzt on demand verfügbar. Dieser Kurs ist nicht nur ein weiterer Blick auf die Theorie der Trainingsplanung, sondern ein praktischer Wegweiser für deine Trainingsreise. Es geht darum, in die Kunst der Trainingsplanung tief einzutauchen, ohne dabei den Fokus zu verlieren. Erfahre, wie du nicht nur die richtige Übung wählst, sondern sie auch individuell und zielgerecht kategorisierst und das Ganze dann eben systematisierst. Und damit ist auch dann Schluss mit dem Zufallsprinzip. Von der Auswahl der Übungen für die Sessions bis hin zur Strukturierung der Sessions. Der KS Strength Programming Kurs führt dich durch jeden Schritt und egal, ob du RPE oder Prozent 1RM oder strukturierte Sessions Planung verstehen möchtest. Hier wirst du nicht enttäuscht. Buche jetzt deinen Platz auf kandletleticsystem.com und erfahre, wie du deine Trainingsplanung revolutionieren kannst. Und das ist zum Beispiel wichtig, wenn du Ausdauer- und Krafttraining trainieren willst. Natürlich wäre es zum Beispiel sinnvoll, deine Intervalle getrennt zu machen von deinem Krafttraining. Dein Ausdauertraining getrennt zu machen von deinem Krafttraining. Es wäre gut, in der Früh aufzustehen, dein Krafttraining zu machen oder dein Ausdauertraining zu machen. Und am Nachmittagabend die zweite Einheit zu machen mit dem anderen Teil. Aber Zeitbudgeting geht halt nicht immer. Dementsprechend musst du dir überlegen, okay, wenn ich das jetzt zusammen in eine Einheit packe, wie beeinflussen sich die Inhalte gegenseitig? Was ist meine Priorität? Wenn deine Priorität ist, deine Ausdauer maximal zu pushen, dann machst du deine Ausdauer zuerst und nicht das Krafttraining zuerst. Jetzt kann man natürlich sich damit befassen, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Aber grundsätzlich, wenn dein Ausdauertraining das Wichtigste ist, würdest du es zuerst machen. In den meisten Fällen macht man das Krafttraining zuerst, weil es das Ausdauertraining nicht so viel schlechter macht wie andersrum. Aber es gibt auch Studienergebnisse, die zeigen, dass das Ausführen des Ausdauertrainings vor dem Krafttraining eine gute Wahl wäre. Also hier kann man einfach klar priorisieren. Dann ist es natürlich eine Priorisierung im Aufbau deiner Woche. Denn auch in der Struktur deiner Woche spiegelt sich ja wieder, wie deine Priorität ist. Wenn du eine wichtige, sagen wir, du willst dein Laufen verbessern. Wenn du eine wichtige Laufeinheit hast, dann wirst du diese in der Woche so planen. Das bedeutet, wenn du dich hinsetzt, um dein Training zu planen, relativ als erstes, wirst du die so planen, dass du an dem Tag frisch bist. Das bedeutet, du planst die Laufeinheit, sagen wir Montag, weil du dir denkst, wichtig, mache ich als erstes. Und das bedeutet schon, du setzt sie an Montag, wenn der Sonntag vielleicht ein Off-Tag war, ein Regenerationstag, weil du weißt, da bist du frisch und das ist eine wichtige Einheit. Ein Powerlifter setzt die wichtigste Trainingseinheit für die Kniebeuge auch an den Tag, an dem er weiß oder sie weiß, dass die Beine frisch sind, dass der Unterkörper frisch ist und dass vielleicht man am Tag davor schon nicht so schwer trainiert hat, damit man sich da nicht komplett quasi rausschießt und einfach schon die Kraft eingeschränkt hat oder die Regeneration eingeschränkt hat. Also hier erfolgt schon immer eine Priorisierung und das muss man sich eben ganz klar vor Augen führen, denn in den meisten Fällen versucht man das einfach nur hin und her zu schieben, damit alles gleich gut trainiert wird. Es gibt immer Lösungen, in denen alles am wenigsten eingeschränkt trainiert wird, aber es erfolgt immer eine Priorisierung und das kann man nicht ändern. Und wenn man das so klar angeht, dann schafft das eben auch Klarheit für dich, dann weißt du genau, was sind deine Key Sessions in der Woche, was sind deine Highlights für dich als Trainierenden, was sind die Einheiten, die du als Coach vielleicht im Auge haben musst, was sind die Prioritäten für diesen Block, also diesen Wochenblock, diesen Mikrozyklus, diesen Mikrozyklus, wenn man es jetzt mal so bezeichnen will, könnte natürlich auch eine andere Länge sein als eine Woche, aber alles, was ihr dazu wissen wollt, erfahrt ihr im Kraft- als Strength-Programming-Kurs. Gleich mal abchecken. Wichtig ist einfach, dass man durch Zeitbudgeting und durch Priorisierung Klarheit schafft, was man machen will, Klarheit schafft, wie man plant. Das ist einfach eine Organisation, das ist ein ehrliches Gespräch mit sich selbst, wenn man das nicht mit dem Coach führt oder wenn der Coach das nicht mit euch führt. Und dann kann man sich voll auf diesen Prozess einlassen und dann hat man auch Klarheit, wenn man diesen Prozess analysieren will und das ist natürlich sehr wichtig, okay, worauf lagen gerade meine Prioritäten, haben sich die entwickelt, wie habe ich meine Zeit verteilt in der Woche, war das eine sinnvolle Aufteilung, muss ich die Zeitverteilung vielleicht anders vornehmen, damit ich den Fortschritt machen kann, den ich mir erwünsche. Und das Schwierige ist natürlich, wenn man priorisiert, dass man dann immer das Gefühl hat, ja okay, wenn ich das jetzt priorisiere und dann trainiere ich da vier Wochen und dann war das die falsche Priorität und dann sehe ich am Schluss, weil es kann ja auch sein, dass ich priorisiere und mir denke, okay, ich will jetzt einen Hypertrophieblock machen, dann mache ich einen Hypertrophieblock, priorisiere das und dann am Ende von einem Block habe ich gar nicht so viele Muskeln aufgebaut und vielleicht ärgert es mich dann, dass ich nicht so sehr an meiner Maximalkraft gearbeitet habe, dann ist das okay. Das ist natürlich irgendwie, dann ärgert man sich drüber, aber dann hast du etwas, woraus du konkret lernen kannst. Das ist besser, als diese Priorisierung vor sich her zu schieben und dann einfach nur so ein bisschen Mischmasch zu trainieren und am Schluss nicht wirklich zu sehen, okay, was wollte ich pushen und was habe ich vielleicht nicht so entwickelt, wie ich es wollte. Das bedeutet, das hilft dir einfach klare Feedback-Zyklen zu schaffen und das ist so essentiell, damit man eben sagen kann, okay, das ist eine Entscheidung, aus der kann ich lernen, die will ich so nicht mehr treffen, die will ich optimieren, die will ich für das nächste Mal besser gestalten. Und das bringt uns auch zum nächsten Punkt und zwar zur Motivation, denn wenn wir Klarheit schaffen im Trainingsprozess, wenn wir es schaffen, uns klar vor Augen zu führen, diese Zeit kann und will ich investieren in mein Training und meine Regeneration, dann können wir die Ziele schon entsprechend formulieren, weil wir wissen, wenn ich dreimal die Woche 90 Minuten trainiere, dann kann ich nicht maximal, also dann kann ich nicht super stark werden und super ausdauernd. Das ist einfach nicht das Zeitbudget, das dafür reicht. Man kann fantastische Dinge damit erreichen, aber ich brauche mich dann nicht vergleichen mit Leuten, die 10 Kilometer in 40 Minuten laufen und, keine Ahnung, zweifaches Körpergewicht beugen oder sowas. Diese Vergleiche brauche ich dann nicht anziehen, weil ich nicht das Gleiche investiere und ich kann natürlich nicht sagen, okay, wenn ich nicht das Gleiche investiere, möchte ich das Gleiche rausbekommen oder mehr rausbekommen als die. Und das sorgt natürlich dafür, dass man motiviert bleibt, weil man den eigenen Progress vielleicht mehr vor Augen sieht und nicht den Vergleich mit anderen einfach nur heranzieht, der einen in dem Fall nur unglücklich machen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man sich nicht nur überlegen muss, wenn ich jetzt quasi Methoden auswähle, dann muss ich das nach meiner Priorisierung und nach meinem Budgeting machen, nachdem, welche Methoden zu welchem Zeit Fenster, das ich zur Verfügung habe, passen, sondern man muss sich natürlich auch überlegen, okay, eine Methode mag vielleicht die beste sein, die es gibt, um das zu erreichen. Aber wenn du keinen Bock drauf hast, wenn du jedes Mal keinen Bock hast, diese Session zu machen, weil das Training ansteht, dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob es eine Methode gibt, die erwiesenermaßen vielleicht oder die einfach den gleichen Trainingsfokus hat, das gleiche Trainingsziel vielleicht nicht so effektiv erscheinen mag, wie das Optimum, das du gerade planst, aber worauf du Bock hast. Denn die Ausführung deines Trainings und wie du das angehst, hat einen entscheidenden Effekt darauf, wie effektiv diese gewählte Methode ist, wie das Training anschlägt. Und das bedeutet, ich muss halt so ein bisschen an einen Kunden von mir denken, der hat einfach, der kommt aus dem Spielsport, der hat keinen Ausdauersport-Hintergrund und der hat halt einfach auch keinen Bock drauf, sich 60 Minuten oder 90 Minuten auf dem Fahrradergometer zu setzen und konstant irgendwie vor sich hinzutreten. Und natürlich wäre es für ihn, wie für jeden, zuträglich, diese Zeit zu investieren. Aber wenn man dann sein Zeitbudget anschaut und sieht, dreimal in der Woche Training ist möglich und er möchte auch Krafttraining machen. Krafttraining ist ja auch gesund und sinnvoll. Dann bleibt das vom Zeitbudget nicht übrig. Und selbst wenn ich eine Einheit opfern würde, nur dafür, dann muss man natürlich auch sagen, okay, wenn das die Einheit ist, zu der man sich jedes Mal quälen muss, dann ergibt das wenig Sinn. Dann ist es vielleicht einfach die bessere Variante, Intervalle einzubauen, die ihm wesentlich mehr Spaß machen und bei dem man sich wesentlich mehr pushen kann, die ein kleineres Zeitfenster haben und dann diese Intervalle natürlich ein bisschen auszubauen und quasi einfach mal einen Zugang zu Ausdauertraining zu schaffen und dann vielleicht irgendwann dazu zu führen, dass man sagt, jetzt sehe ich Zone 2 Training vielleicht ein bisschen anders, jetzt mache ich das. Also man muss auch so eine Motivation entwickeln. Und wenn dieses Intervalltraining super motiviert gemacht wird, dann kann man das als Coach ausnutzen und kann sich denken, okay, wie schaffe ich es, Intervalltraining so zu gestalten, dass es einen arroberen Effekt hat. Dazu würde es mehr im Ausdauertplanungskurs geben, der im Mai kommt. Aber also man sollte diese, man muss die Motivation immer ein bisschen mit einbeziehen. und das bedeutet eben, wenn dir drei Minuten eine Minute Intervalle mehr Spaß machen als Tabata, ja dann mach drei Minuten eine Minute Intervalle und versuch da deine Leistung voranzubringen. Das wird dir mehr geben für dein Training, für deine Ausdauerentwicklung, als wenn du dich durch die Tabata Intervalle quälst, auf die du nie Bock hast. Wichtig ist, Motivation baut oft auch auf dem aus, auf was man versteht. Und das bedeutet einfach auch zum einen praktisches Erwerben des Verständnisses. Das ist so ein bisschen wie, ich fange mit Intervalltraining an, weil ich da einfach mehr Bock drauf habe, als irgendwie eine Dauermethodenvariante oder mit kurzen Intervallen, weil ich mehr Bock drauf habe, als lange Intervalle und dann merke ich, oh, ich werde fitter. Und dann macht das Training vielleicht auch mehr Spaß, weil ich ein praktisches Verständnis habe. nicht, dass ich ein theoretisches Verständnis habe, welche Anpassungen bei mir stattfinden und dann denke ich mir, ich habe jetzt eine bessere Kapillarisierung und merke das super und ich merke, wie meine Mitochondrien mehr geworden sind und sowas natürlich nicht, sondern du verstehst einfach, es tut dir gut, es macht dir Spaß, du wirst besser da drin, motivier dich und diese Motivation schafft dann natürlich, dieses Verständnis schafft dann natürlich eine Motivation, mehr Ausdauertraining zu machen. Und so kann man da einen Zugang dazu gewinnen und gleichzeitig ist es natürlich auch so, je mehr man versteht, wie Dinge funktionieren, was dahinter steckt, desto mehr Motivation wird rankommen. Das bedeutet, dass etwas, womit wir Coaches natürlich viel konfrontiert sind, wenn wir wissen, es gibt vernünftige Maßnahmen, die wir treffen müssen, Übungen, Kopenhagen Planks, mag fast keiner und wir wissen, die sind vielleicht für die Person gut, dann müssen wir natürlich versuchen, ein Verständnis zu schaffen, zu erklären, warum ist diese Übung wichtig für dich, warum ist die gut, warum nehmen wir die rein, denn wenn du dann weißt, warum du die Kopenhagen Planks machst, dann wirst du sie mit einer anderen Motivation vielleicht machen, weil sie machen dir vielleicht währenddessen noch nicht mehr Spaß, aber du denkst dir, okay, damit kann ich dafür sorgen, dass ich vielleicht bei meinem Change of Direction Training weniger Probleme bekomme, das ist meine Versicherung dafür, dass ich ballern kann, dann ergibt das einen anderen Sinn für dich und dann motiviert es dich vielleicht auch anders, das zu machen. Und der nächste Punkt ist natürlich eine Verbindung zu Zielen. Deine Trainingsinhalte müssen immer eine gewisse für dich erkennbare Verbindung zu deinen Zielen haben. Wenn du Bizeps Curls machst und dein Ziel ist eigentlich weiß ich jetzt gar kein gutes Beispiel, heute ist irgendwie ein schwieriger Beispieltag bei mir, aber wenn du Krafttraining machst oben, du wirst beim Bankdrücken stärker werden, wie wir alle natürlich immer, dann hast du in deinem Plan Bizeps Curls und eigentlich ist dir total egal, wie dick dein Arm ist, so wie uns allen natürlich, komplett allen, dann wirst du vielleicht die Bizeps Curls widerwillig machen, weil du dir denkst, sollte ich nicht vielleicht einfach noch mehr Press Downs machen oder Liegestütze oder was weiß ich. Wenn dir dein Coach dann erzählt, okay, wir machen die Bizeps Curls aus einem präventiven oder die haben einen präventiven Grund, damit wir deine Ellbogen gesund halten und die kannst du am Schluss einfach mal wegpumpen und mehr Trizeps würde es gar nicht bringen bei dir, weil du hast schon genug Trizeps Volumen in der Woche, dann hast du vielleicht eine andere Motivation und dann denkst du dir, cool, wenn ich die Zeit eh nicht mit mehr Trizeps verwenden kann, dann mache ich halt noch zwei Sätze Bizeps Curls, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Das bedeutet, diese Connection schafft Motivation. Das gleiche ist natürlich, auch wenn du weißt, okay, ich möchte meine fünf Kilometer Zeit verbessern und auch wenn ich dafür eigentlich an höheren Geschwindigkeiten, also laufen, an höheren Geschwindigkeiten arbeiten sollte und auch wenn das ein glykolytischer Zeitraum ist, also im Prinzip einfach nur mein Kohlenhydrat Stoffwechsel, dann ist das vielleicht für mich gerade ein limitierender Faktor, dass meine Aerobe Basis nicht so gut ist und dementsprechend werden lange Dauereinheiten vielleicht ein gutes Add-on zu meinen intensiven Einheiten, die ich eh schon mache. Wenn du dieses Verständnis hast und weißt, wie die Connection ist, warum dir das helfen kann, dann motiviert es dich vielleicht auch und dann denkst du dir, okay, geil, wenn ich jetzt die 60 Minuten locker laufen gehe, dann bringt mich das trotzdem weiter näher meinem Ziel entgegen. Und das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, dass man diese Connection zu Zielen hat, um Motivation zu schaffen, das ist auch ein essentieller Punkt, was das Training von Athleten unterscheidet zudem von vielen, die quasi Fitness betreiben, ist, Athleten trainieren immer mit einem Ziel, wissen das Ziel und wissen, dass ihr Training auf ihr Ziel ausgerichtet ist. Und dann will man natürlich, und das ist ein wichtiger Punkt, habe ich auch schon mehrmals angesprochen, eine gute Balance haben zwischen Challenge und Skill, also zwischen Challenge und Mastery, also zwischen dem, was herausfordernd für dich ist und dem, was du beherrschen kannst. Und da ist es natürlich so, dass für manche ist es so, wenn sie es noch gar nicht können, dann treibt die das unheimlich an und für manche ist es einfach frustrierend, wenn man es gar nicht kann. Also da muss man eine individuelle Balance schaffen, aber das ist wichtig, um Motivation zu haben. Wenn du immer schlecht drin bist und auch nicht das Gefühl hast, besser zu werden oder werden zu können, dann wird dich das nicht motivieren. Gleichzeitig, wenn du es schon kannst und es immer wiederholst, wird es dich auch nicht lange motivieren. Und das muss man alles so in die Einheitenplanung mit einbeziehen, genauso wie man sich auch überlegen muss, dass man Motivation oder Belohnung und Pflicht in eine Einheit integriert. Dass man in einer Einheit Übungen hat, die man pflichtbewusst durchziehen muss, weil sie vernünftig sind und Übungen durchzieht, einbaut, die man gerne macht, die eine Belohnung darstellen, wo man einfach Bock drauf hat und die einem einen Mehrwert generieren, wo man sich darauf freut. Und das sollte sich natürlich immer die Hand geben, weil wir sind alles nicht einfach nur vernünftige Wesen und wir müssen aber auch vernünftig sein, um langfristig Ziele zu erreichen. Und das ist ja das, was uns dann auch grundsätzlich mal motiviert, überhaupt zu trainieren. Wir wollen ja irgendwas erreichen damit und nicht nur in diesem Moment Spaß haben. und das Wichtigste, der wichtigste Punkt für die Motivation ist, du musst motiviert sein oder du musst eine Motivation darin finden, die Dinge zu machen, dein Training zu machen, ohne dich extern zu motivieren. Das bedeutet, dein Training sollte immer, auch wenn es vielleicht eben Übungen beinhaltet oder Methoden beinhaltet oder Phasen beinhaltet, die nicht einfach nur Spaß machen, die einfach, wo man sich ein bisschen durchkämpfen muss, wo man ein bisschen mit sich arbeiten muss, dein Training sollte immer einen Selbstwert haben. Das bedeutet, du solltest immer dein Training machen, in dem Bewusstsein, dass du es nicht anders machen würdest, wenn du wüsstest, dass du keinen Titel damit gewinnst oder dass du nicht der Beste oder die Beste in irgendwas wirst, sondern einfach nur, um zu sehen, wie du dich verbesserst, einfach nur, um die Zeit für dich zu haben, dein Training zu genießen, dich durch dein Training zu pushen, dich zu verbessern, ein bisschen was zu lernen und das sind eben Dinge, man muss in diesem Moment das Ganze wertschätzen und man muss wissen, dass man es macht, weil man es für sich macht und nicht, weil man es macht, um damit irgendeinen Titel zu erreichen, denn das ist der größte Disconnect, der zu Frustration führt und auch dann zu Frustration mit dem Training, dass man sich ungerecht vom Training behandelt fühlt, weil man nicht den Fortschritt macht, den man sich erwünscht, obwohl man so viel reinsteckt und so viel mehr als andere vielleicht reinsteckt. das, das, was du reinsteckst ist immer ein Mehrwert für dich und sollte immer ein konkreter Mehrwert für dich sein, den du schätzen lernst und natürlich ist es nicht so, dass man in jede Einheit reingeht und sagt, heute super Training, super harte Einheit, freue ich mich total, aber man sollte glücklich sein, dass man hart trainieren kann, dass es einem gut geht, dass wir die Möglichkeiten haben, zu trainieren, dass wir gesund sind und dass wir Training haben, um zu lernen, uns mit uns selbst auseinander zu setzen, uns zu verbessern, Progress zu erreichen und eben zu sehen, was alles möglich ist und zwar in jeder Einheit und eigentlich sollte man schon aus jeder Einheit rausgehen und aus dem Training rausgehen und nach der Einheit wieder wissen, warum man es gemacht hat oder eigentlich am besten schon während der Einheit zu wissen, warum man das Ganze macht. Die Anfangsmotivation ins Training zu gehen mag manchmal schwierig sein und dafür sind Habits natürlich wichtig, dass die Tatsache besteht, dass du einfach gar nicht überlegst, ob du heute ins Training gehst, sondern du gehst immer ins Training und dann eben ein Zeichen meiner Meinung nach für sehr erfolgreiche Athleten ist immer, dass sie trainieren und den eigenen Progress vor Augen haben und nicht nur die Titel jagen, sondern quasi einfach versuchen, die beste Version von sich selbst zu werden, denn dann werden die Titel kommen, wenn man das Talent dazu hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine fantastische Trainingswoche, eine fantastische Woche natürlich auch so, in der ihr möglichst viel trainiert, überlegt euch, was euer Zeitbudget ist, was eure Prioritäten sind für diesen Block, für den nächsten Block, vielleicht für das Jahr 2024, ist es immer noch nicht zu spät, um noch das Jahr zu planen oder sich zu überlegen, was man erreichen will. Habt Spaß im Training, seid motiviert und zieht Motivation daraus, dass ihr trainieren könnt und dass es einfach so eine geile Sache ist, zu trainieren und sich zu pushen und zu entwickeln und genau das werde ich heute auch noch machen. Ich freue mich schon auf mein Training, ich weiß, ich werde leiden und ich freue mich sogar darauf zu leiden, denn ich mache das mit anderen. Wenn du mit uns leiden willst, sinnvoll geplant, dann check natürlich die Angebote von Candle Athletics System, Everyday Athletes Programm gibt es jetzt auch in der Drei-Tages-Variante, das sicherlich für viele eine gute Lösung, drei Tage im Gym mit Intervallen und Kraft und zusätzliche Möglichkeiten für Energy System Development, also Austrauertraining und natürlich das, was ich heute auch mache, der Game Day, also die große Herausforderung. Dann natürlich das In-Season-Programm für die Footballer, denn die Season geht jetzt dann los, das startet ab Mai und ansonsten haben wir natürlich noch tolle andere Angebote, findest du alles auf Candle Athletics System. Jetzt bin ich raus, wünsche dir eine fantastische Woche, gutes Training, viel Spaß beim Ballern, morgen früh viel Spaß beim Fahrradfahren, denn morgen wird das Wetter fantastisch, also Sonntag, wenn ihr das hört, dann bin ich schon auf dem Fahrrad, solltet ihr auch machen, genießt das Wetter, geht raus, schwitzt ein bisschen, ich bin raus, adios. das Wetter ist, wie es das Wetter ist, Vielen Dank.